Sie ist jung. Sie ist wild. Sie ist Andrei Südfeld. Sie hätte Wetten, dass? moderieren können. Nach Baku mache ich dann Wetten, dass? Sie hat der Wissenschaft einen Korb gegeben. Sie hat eine hervorragende Bachelor-Abschlussarbeit verfasst. Wir hätten sie gerne auch behalten für eine Promotion und ich habe ihr das auch angeboten. Alle wollten sie. Wir haben sie. Ab Montag im Bayerischen Fernsehen. Sandra Ries in der Rundshow.